Servus Leute, grüßt euch. So, erstmal an dieser Stelle vielen Dank. Wir haben mittlerweile die 3000 Abonnenten erreicht, das ist echt wild halt. Für so ein bisschen Hobby, ich bin auch ziemlich schlecht unterwegs eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich haue jetzt nicht jede Woche ein Video raus, immer wenn es passt. Wie gesagt, gerade mit Kindern, Family und und und, Arbeit, hat man immer ein bisschen was zu tun, aber mir macht das halt immer noch Spaß. Generell schon mal, als keine Information, ich habe mich ja sonst immer sehr, sehr viel nur rein um Harley Davidson gekümmert. Bei mir ging es wirklich immer nur rein um Harley. So, Harley bleibt weiterhin meine Liebe, ich werde aber auf jeden Fall dieses Jahr mal ein paar andere Mopeds auch noch fahren vorstellen. Mich kickt es gerade übelst hart, ich habe richtig Bock auf Enduro fahren, da wird auch dieses Jahr definitiv noch einiges kommen. Klar, Harley, wie gesagt, bleibt immer, aber gut, dass ihr schon mal Bescheid wisst. So, jetzt, wir haben ja gesagt, ihr stellt mal so ein paar Fragen und ich antworte darauf und da würde ich einfach mal sagen, schnacken wir jetzt nicht lange und dann geht es direkt mal los. Also, Steffen7667, schöne Grüße an dieser Stelle, fragt, was ist 2024 alles geplant, weitere Umbauten und Touren? Ja, jetzt habe ich gerade schon mal eingangs erwähnt, dass ich mich halt ein bisschen umorientieren werde. Harley bleibt weiterhin, ich werde definitiv auf der Magic Bike Week in Rüdesheim sein, ich werde im Ruhrpott unterwegs sein auf dem Event oder auf einigen Events dort und definitiv wieder FARC. Das ist immer so mein Standardprogramm. Hamburg Harley Days, weiß ich es noch nicht, mal gucken. Ansonsten, ja, Touren, ich fahre nach FARC meistens auf Achse, das werde ich wohl wieder machen, ansonsten Touren erstmal so nicht groß geplant. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall viele andere Bikes fahren, jetzt nicht nur rein, Harley. Mal sehen. Okay, dann Hannover.48 schreibt, Infos über dein Equipment, Schneideprogramm und so weiter, wäre klasse. Ich schneide das Ganze mit Final Cut Pro und über den iMac. Black, das heißt, ja, ich schnippel mir das Ganze zusammen, nehme mir diese Videoschnipsel, klatsche mir die rein, füge noch ein bisschen was hinzu und ab geht's. Dazu habe ich eine alte GoPro, die habe ich immer noch. Das ist die GoPro 7 Black, also die ist weiterhin seit Tag 1 mein treuer Begleiter. Falls ihr natürlich so Videos haben wollt, wie ich das mit Harley-Davidson Bielefeld gemacht habe, da müsst ihr mal den Keller fragen. Das ist halt der richtige Pro, wenn es um sowas geht. So, dann, ja gut, jetzt hoffe ich, ich spreche den Namen richtig aus. Key Momp, unterstrich Black oder C-Momp, keine Ahnung. Mondp, weiß ich nicht. Dieses Jahr Farg, ja, hatte ich gerade schon mal erwähnt, definitiv auch mit am Start. So, welches Fahrwerk? Von Andi Jeppche. Welches Fahrwerk würdest du für die Road King Special empfehlen? Boah, ich bin, das wisst ihr alle, glaube ich, mittlerweile nicht der technisch Affinste, bin auch nicht der Pro, bin auch noch nicht alle Fahrwerke gefahren, deswegen kann ich dir nicht viel sagen. Ich bin bis jetzt nur ein Air Ride gefahren und halt bei mir verbaut ist das Wilbers. Ich bin mega, mega happy mit dem Wilbers-Fahrwerk, aber da kann ich dir leider nicht helfen. Ölind zum Beispiel habe ich überhaupt keine Erfahrung mit, deswegen will ich da nicht negativ oder positiv drüber sprechen. Wird wahrscheinlich alle seine Vor- und Nachteile haben. So, Wheels machen auch YouTube, checkt die gerne mal ab. Ich band unten mal den Kanal ein. Welche Events oder Treffen bist du 2024? Das ist ähnlich wie die andere Geschichte noch, also wie gesagt, nochmal Fahrwerk, Magic Bike Week, Rüdesheim, Harley Days eventuell. Ja, und man wird mich definitiv dieses Jahr auf einem oder anderen anderen Treffen, Motorradtreffen finden, die ich sonst halt nie besucht habe, weil ich immer in so einer Harley-Bubble war. Aber da öffnen wir uns jetzt und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, Nils Köln hat auch einen YouTube-Kanal, wende ich auch mal unten ein. Warum bist du so ein geiler Typ? Ja, Junge, das weiß ich auch nicht. Meine Frau sieht das öfters anders, glaube ich, aber ich weiß es nicht. So, dann holgertz.mp4, das ist der Kollege von Club Style Culture Berlin. Auch mal einmal kurz hier eingeblendet, checkt die mal ab, die Jungs. Was ist deine Motivation, neue Videos zu machen? Boah, schwierige Frage. Also, jeder, der Videos macht, also ich mache das aus dem Reihen Spaß heraus. Ich habe mittlerweile gemerkt, das wird so ein bisschen größer und man hat da natürlich auch einige Vorteile. Da will ich gar nicht abschreiten. Motivation ist halt, ja, ich habe da sehr Bock drauf. Ich will so ein bisschen meine kreative Ader so ein bisschen ausleben wahrscheinlich. Und ja, Höhen und Tiefen habe ich auch immer wieder. Also, ich habe auch mal ganz oft Bock, keine Videos zu machen. Du wirst es wahrscheinlich auch kennen. Oder jeder, der Videos schneidet, das macht halt gar keinen Spaß. Da muss man auch die Zeit für finden. Und ja, aber bis jetzt geht es eigentlich noch. Hanno HD, viele Grüße gehen raus. Da habe ich letztes Jahr übernachtet. Könnt ihr auch mal in meinem Video abchecken. Denne ich oben mal ein. Da sind wir letztes Jahr nach Fark gefahren. Also, Vorfark bei mir mit Bier. Definitiv, yes, machen wir. So, dann abat.alex, Doppel X, Blinkrelais oder Widerstände für Kellermann Azo. Und, was ist zu empfehlen? Kann ich dir nichts zu sagen? Sag ich dir ganz ehrlich, da bin ich raus. Dann musst du die Profis fragen. Ich will jetzt auch nicht irgendwelche Unwahrheiten verbreiten oder gefährliches Halbwissen. Das ist nicht mein Ding. Sorry. Du kannst dich aber mir gerne melden. Da kann ich dich gerne connecten mit ein paar Leuten, die wirklich Ahnung haben. So, Alex, ALX, 2409. Harley Days, Magic Bike Week, etc. am Start dieses Jahr. Yes, also, Magic Bike Week, ja. Harley Days, weiß ich noch nicht. Fark definitiv. So, was haben wir hier noch? Oliver Büchner. So, Oli schreibt oder sagt einfach nur, freust du dich für mich? Oder fragt es? Ja, ich freue mich sehr für dich. Ganz kurz die Background-Information. Er hat eine brutale Chicano gekauft. Die wollte ich nämlich auch kaufen. War leider zu spät. Und, ja, aber richtig geiles Teil. Benne ich mal auch hier ein. Wirst du viel Spaß mit dieses Jahr haben. Gipi Gibson, mein Jutster. So, wann orgeln wir uns mal wieder richtig anreihen? Ich denke, spätestens, aller spätestens wird es sein, Magic Bike Week. Und ich bin ja immer mit Gipi oder mittlerweile mit Gipi in Fark. Das ist das zweite jetzt dann nacheinander, wo wir zusammen uns die Bude teilen. Und, ja, werden da Gas geben. Sebastian HD Fatboy. Grüße gehen raus, mein Lieber. Hat der Fame dich verändert? Fame? Da bin ich noch weit vorweg. Sehe ich aktuell nicht. Nee, auf jeden Fall nicht. Was sich verändert hat, ist auf jeden Fall mein Kreis. Diese Community, die ich so habe. Das ist alles irgendwie am Anfang riesig groß gewachsen. Man hat viele Leute kennengelernt. Waren auch, ehrlich gesagt, viele Spinner mit dabei. Gut, ich bin wahrscheinlich auch ein Spinner für den einen oder anderen. Aber, ja, mittlerweile ist der Kreis wieder kleiner. Aber man hat auch wirklich, ja, durch diese ganze YouTube-Geschichte halt ohne Ende Leute kennengelernt. Meine erste Harley, die ich hatte, da bin ich in Erinnerung gegurkt. Habe dann eine Ebay-Kleinanzeigen-Gruppe gegründet. Dann eine WhatsApp-Gruppe. Bin mit ein paar Leuten gefahren. Hat auch nicht richtig gefruchtet irgendwann. Ja, und dadurch, dass ich halt dann über den Michael, My Harley Davidson, hier von der Inhaber vom Hotel Toscana in Wiesbaden, über YouTube irgendwie eingeladen worden bin, wie auch immer. Und dann ging das alles halt erst richtig los. Und das war der große Punkt. So, Moppel1995. Deine Meinung zu Lower S. Baujahr 2016. So, auf jeden Fall noch TwinCam. Ja, ich bin ein großer TwinCam-Fan. Jeder weiß, mein Roadlight M8-Motor ist geil, aber kickt mich halt einfach nicht mehr. Deswegen werde ich die auch verkaufen. Ähm, ich muss wieder zurück zu TwinCam. Und wie gesagt, ich werde mir definitiv noch ein weiteres Bike holen, ähm, was wahrscheinlich nichts mit Harley Davidson zu tun hat. Mal sehen. So, dann. Antoine.px. Lautstärke, gleich zwei Fragen gestellt. Lautstärke einer M8 mit 3030 und Jackal im geschlossenen Zustand, wegen Polizei und so. Boah. Also, wie gesagt, bin ich auch kein Profi. Habe ich jetzt aber noch nie gehört, dass es da Theater gab. Ich glaube, da ist man gut in der Norm. Sobald du da, ähm, natürlich noch andere Dinge ummodelst, ne? Das wissen wir alle. Äh, dann könnte es natürlich ein bisschen kritisch werden. Aber ich glaube, mit Klappe zu ist das kein Thema. Ähm. Aber da fragst du am besten mal Don Performance. Der wird es wissen. So. Ähm, sehe es immer wieder, dass Leute den Cut rausnehmen. Das wollte ich gerade nämlich sagen. Also, Cut rausnehmen. Ich glaube, ähm, boah, frag da am besten auch mal Don. Wir hatten da auch schon mal ein Gespräch drüber. Ähm, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, hau die mal am besten an. Die können dir da mehr zu sagen. Auch gerade, was so das Performance-Thema angeht. Das ist sehr, sehr interessant. So. Jenna B. Diamond. Grüße gehen raus. Ähm, dies sind die Kollegen, die bald, äh, in die USA ziehen. Ich verlinke auch mal, falls sie schon vorhanden ist, äh, deren Kanal. Da kann man so ein bisschen alles nachverfolgen, was die so machen halt, ne? Ähm, sehr, sehr coole Leute. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel, ähm, Glück, Spaß, Freude bei eurer Ausreise. Ich kann's verstehen. Gerade wenn man auch ihren Mann kennt, äh, ja. Die gehören da einfach in die Beine. Das passt. Ähm, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was wäre dein Traumbike? Boah. Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, das pendelt ständig. Also, ich finde aktuell ziemlich geil Breakout, Twin Cam, so wie Gippy Gibson zum Beispiel, äh, das Ding fährt. Ich finde aber auch von Sebastian, der gerade auch schon mal die Frage gestellt hat, ähm, die Fatboy ziemlich geil. Also, ich habe eigentlich nicht so das richtige Traumbike. Ähm, meine Roadlight war schon eigentlich so das Nonplusultra eigentlich, ne? Was ich so, oder wo ich dachte, was ich mal jemals fahren werde. Aber, ähm, boah, ich würde wahrscheinlich mehrere Bikes haben wollen. Ich würde wahrscheinlich mir eine Breakout holen wollen. Ich würde gerne auf eine alte Shovel zurück. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Und wie gesagt, ich hätte Bock, ähm, auch mal aufkarren, wo man ein bisschen, äh, mal vielleicht Offroad fahren kann. Das kippt mich in mir gerade voll. Weiß ich auch nicht. Bist du auf der Super Rallye? Robbisch 4.8 oder 48. Ähm, Grüße an dieser Stelle. Ähm, ist derzeit nicht geplant. Ähm, aber wer weiß. Ich entscheide auch vieles sehr spontan. Ähm, ich kann das immer relativ schlecht, ähm, alles vorab planen, ne? Gerade mit so Kindergesundheit. Ich habe drei, äh, jetzt aktuell seit Gefühl Oktober sind die alle immer nacheinander krank. Mal sehen. So, Nightward Bobby, der Jute, äh, schreibt, warum bist du so schön? Ja, das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich ernähre mich viel, äh, am Wochenende hauptsächlich von Bier. Äh, esse ungesund und, äh, ja, das ist so mein, äh, mein Ding. Dann Skorpedius. Schon ein langer Begleiter. Wir haben, glaube ich, gemeinsam, ich weiß gar nicht, wann er angefangen hat, aber wir machen schon eh nicht lange, glaube ich, YouTube. Ähm, checkt auf jeden Fall auch mal seinen Kanal ab. Kommst du zu meinem Writeout und nimm mit, äh, und nimmst mit dran teil, wahrscheinlich. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich muss mal gucken. Also, auf jeden Fall, wenn ihr Infos zum Writeout, äh, braucht, checkt mal auf jeden Fall auch Skorpedius Geschichte ab. Ist immer cool. Ist ein sehr korrekter Typ. Kann ich nur empfehlen. Checkt auch mal seinen Kanal ab. Lasst mein Abo da. Ihr kennt das Spielchen. Ähm, ich würde mich bei dir melden. Ich weiß es noch nicht. Silver Fox. Also, größe die raus an diesen Newton hier. Ähm, und gerade auch an Halle Demitz in Köln-Bonn. Ähm, war ich auch schon mal vor kurzem, haben dann Kaffee getrunken. Also, das ist mir zu empfehlen, der Laden. Jeder, der noch nicht da war, ist es echt beeindruckend, äh, was da abgeht halt, ne. Riesenbude, coole Typen, also coole Mädels natürlich auch. Ähm, macht Spaß. Also, wo würdest du gerne mal wieder, äh, wo würdest du gerne mal mit welcher Harley fahren wollen? Boah. Also, deine Story, ich kann dir jetzt, glaube ich, hier nicht erzählen, aber du warst ja auch schon mal, äh, ähm, in Amerika und hast da eine geile Tour gemacht. Das wäre auch, ehrlich gesagt, mein Traum. Und da hätte ich auch wahrscheinlich genau das gleiche Bike genommen wie du. Ansonsten, ich bin immer noch, wenn ich jetzt wirklich Strecke machen müsste, würde ich natürlich wieder die Roadlight nehmen, weil die einfach brutal ist, ne. Also, wo ich nach Fark runtergefahren bin, war echt mega geil. Ähm, ich würde aber auch gerne mal, ähm, mit einer ganz neuen Harley fahren. Und zwar in Raumköln-Bonn. Also, lad mich doch mal gerne ein und mach mal zusammen ein Video. Ich denke, das passt. Wäre natürlich eine ziemlich geile Sache. Ähm, gut. Das war's, glaube ich, schon. Das waren so meine Topfragen, die ich mal so rausgesucht habe. Alle anderen, alle anderen, ey, sorry, dass ich das irgendwie nicht, äh, ich kann jetzt nicht hier in der einzelnen Frage durchgehen. Wir sind jetzt schon bei fast 13 Minuten. Das passt nicht. Ähm, also, Freunde. Dann erstmal Dankeschön. Nochmal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier meinen Kanal abonniert hat und der das irgendwie pusht. Das macht mir echt dann richtig Spaß, wenn man auch merkt, es kommt an. Und, ähm, ja. In diesem Sinne würde ich sagen, haut da rein und bis bald. Ciao. Bis zum nächsten Mal.